Herzlich willkommen, liebe Kinder und liebe Eltern, zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Das da, das ist der Timon. Und der Timon, der macht die Videos hier jeden Tag. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Arbeit, denn der Timon, der macht jeden Tag ein neues Video. Zumindest, wenn er es schafft und nicht voll rumhängt oder andere Blödeleien macht. Und ihr habt oft gefragt, wie macht der Timon das eigentlich so jeden Tag? Und das werdet ihr heute hier in diesem Video erfahren. Damit nämlich so ein Video entsteht, braucht man verschiedene Arbeitsschritte. Die werden wir euch erklären und dann werdet ihr wissen, wie man eigentlich so ein Video macht. Los geht's. Schritt 1. Die Idee. Jedes gute Video fängt natürlich mit einer Idee an. Denn wo keine Idee, da auch kein Video. Also setzt sich der Timon erstmal hin und überlegt sich, was für eine Idee der in einem Video denn umsetzen kann. Dazu nimmt er sich erstmal einen Stift und einen Zettel. Diese beiden Sachen legt er dann wieder weg, weil das macht er alles online. Wobei, das meiste entsteht ja eigentlich in seinem Kopf. Diese Idee in seinem Kopf muss er jetzt aber natürlich hinschreiben. Denn das ist Schritt 2. Das Skript. Jedes gute Video braucht natürlich auch ein Skript. Natürlich macht der Timon auch Videos ohne Skript, aber viele Sachen müssen einfach vorher geplant werden. Wie der Ablauf genau ist, welche Informationen reinkommen oder welche Gags. Das überlegt sich der Timon alles und dann schreibt er das in sein Skript. Dabei ist der Timon ziemlich clever, denn er schreibt das alles online, damit wenn er mal unterwegs ist, auch was ändern kann. Und so kann er von überall auf seine Skripte zugreifen und gucken, was für einen geistigen Dünnschiss er sich da eigentlich ausgedacht hat. Danach liest man das Ganze nochmal durch und ändert gegebenenfalls nochmal was. Denn manchmal ist das, was der Timon da schreibt, ziemlicher Mumpitz. Mit dem fertigen Skript geht's dann weiter zum nächsten Schritt. Videoaufnahme. Das ist natürlich ein ganz großer Bestandteil des Videos. Denn das Video muss natürlich auch aufgenommen werden. Dazu hat der Timon verschiedene Sachen, wie ein Mikrofon, eine Kamera oder auch Licht. Das kann man hier jetzt natürlich nicht alles zeigen, weil sonst könnte er dieses Video ja nicht aufnehmen. Sonst müsste der Timon natürlich alles Equipment zweimal haben und das wäre natürlich ein bisschen sinnlos. Also schnell alles aufbauen und dann kann es auch schon losgehen. So nimmt der Timon also sein Video auf. Er setzt sich vor die Kamera und redet drauf los. Das Ganze steuert er übrigens ganz geschickt über sein Handy. Voll praktisch. Nachdem er mit der Aufnahme fertig ist und das Video aufgenommen hat, kann er die Aufnahme auf dem Handy wieder stoppen. Danach geht's zum nächsten Schritt. Das Kopieren. Denn die Daten von der Kamera müssen ja erstmal auf den PC. Die Audiospur hat er zum Glück schon direkt auf dem PC aufgenommen. Denn Video und Ton werden separat aufgenommen. Nachdem das Ganze kopiert wurde, geht's ab ins Schnittprogramm. Zu Schritt 3 oder 4 oder was auch immer das jetzt für ein Schritt ist. Schneiden. Denn das Ganze muss natürlich auch zusammengeschnitten werden. Vor allen Dingen muss natürlich die Bildspur und die Tonspur zusammengepackt werden. Und dann wird alles rausgeschnitten, was der Timon in seinem Video nicht braucht. Zum Beispiel, wenn er mal husten musste. Das ist ja doof, das will ja keiner sehen. Deshalb kommt das raus. Nachdem er den Rohschnitt fertig gemacht hat, kommt der zweite Durchlauf. Die Überarbeitung. Da werden dann alle coolen Effekte, Videos, Fotos oder Zooms eingefügt. Damit das Ganze auch später ein bisschen Pepp hat. Auch die Musik kommt dazu. Denn ohne Musik wäre es ja langweilig. Nachdem das gemacht wurde, kann das Video endlich zum nächsten Schritt. Rendern. Denn die ganzen Dateien müssen ja auch zu einem Video zusammengepackt werden. Das Praktische dabei ist, das Schnittprogramm macht das ganz automatisch. Der Timon, der kann in der Zeit also was anderes machen. Aber nach einer kurzen Wartezeit geht es auch schon weiter zum nächsten Schritt. Hochladen. Das Video muss jetzt natürlich auch auf YouTube hochgeladen werden. Der Timon, der bringt seine Videos meistens immer um 18 Uhr. Da wir aber noch gar nicht 18 Uhr haben, lädt der Timon sein Video auf geplant hoch. So wird das Video später ganz automatisch um 18 Uhr veröffentlicht, ohne dass der Timon dann noch was machen muss. Schnell noch die Videobeschreibung und den Titel dazu packen und ab geht's zum nächsten Schritt. Thumbnail. Denn das Video braucht natürlich auch eine grafische Präsentation. Sonst sieht das ja nach gar nichts aus, wenn den Leuten das angezeigt wird. Also bei Photoshop noch etwas zaubern und dann einfügen. Und nachdem alles eingestellt und hochgeladen ist, ist das Video auch schon fertig. Dann kann der Timon gucken, wie sich die anderen Leute darüber freuen. Und wenn er damit fertig ist, kann er wieder von vorne beginnen. Denn am nächsten Tag geht's schon weiter. Und jetzt, liebe Kinder, wisst ihr, wie so ein Video auf diesem Kanal entsteht. Ich soll euch übrigens noch sagen, dass ihr nicht vergessen sollt, diesen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken und zu kommentieren. So wie man das halt macht auf YouTube. Das war's von uns beiden. Bis morgen beim neuen Video. Tschüss.